okay leute seid ihr fertig zum campen ich habe das zelt aufgestellt dort drüben zum schlafen ich hab das feuer angemacht feuer brenn brenn okay ich habe unsere klader gewaschen und zu trocken aufgehoben und ich habe unseren namen auf unsere tour gemalt ist das nicht geil gott also ich frag mich was gerne im schilde führt du brauchst dich nicht zu wundern weil du nicht denkst well excuse me prince fahr zur hölle du arsch hey was ist mit dem da ihr seid so gut wie tot